Hallo Fotofreunde, schön dass ihr heute auch wieder dabei seid. In diesem Video geht es um das Thema Poké. Für die meisten von euch ist das wahrscheinlich eh schon ein Begriff, nur wir werden uns trotzdem anschauen was das Poké ist, wie das entsteht, welche Faktoren man berücksichtigen muss, wenn man ein möglichst starkes Poké haben will und worauf man sonst noch so achten muss. Falls ihr noch am Kanal seid, abonniert den Kanal und klickt auch die kleine Glocke an, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Also was ist jetzt das Poké? Kurz gesagt die Hintergrundunschärfe. Wenn ihr jetzt ein Foto von einer Person macht oder von einem Motiv, das kann ja auch eine Pflanze oder sonst was sein, dann ist es immer schöner oder einfacher für den Betrachter oder angenehmer für den Betrachter, wenn das Motiv, um das es im Bild geht, freigestellt ist vom Hintergrund. Das heißt, wenn das Motiv natürlich scharf ist und der Hintergrund unscharf. Wenn eine Person fotografiert, richtet sich gleich der Blick auf den scharfen Bereich und das ist halt die Person. Wenn ihr jetzt ein Foto macht mit einem scharfen Hintergrund, dann ist das Auge ein bisschen, naja nicht verwirrt, aber man sucht, man springt halt hin und her zwischen den scharfen Bereichen und erkennt jetzt nicht, ist das Motiv wichtig oder ist der Hintergrund wichtig. Deswegen versucht man mit einem unscharfen Hintergrund das Motiv ein bisschen hervorzuheben. Der Hintergrund ist weniger wichtig, weil ihr wollt ja kein Foto vom Hintergrund machen und eine Person steht halt zufällig im Weg, sondern ihr wollt ja ein Foto von einer Person machen und der Hintergrund ist halt dann zweitrangig. Ihr könnt zum Beispiel noch einen Schritt weiter gehen und ein Foto nur von einem Gesicht machen und da könnt ihr dann auch wieder mit der unscharfen spielen. Zum Beispiel, dass ihr die Augen scharf habt und die Nase und die Ohren schon wieder unscharf. Da wird man dann natürlich auch zuerst auf die scharfen Bereiche schauen, das sind halt die Augen und gerade bei den Porträts von Personen oder auch bei Tieren ist es immer wichtig, dass die Augen scharf sind. Der Rest ist nicht so schlimm. Es kann halt gerne mal die Nase unscharf sein oder die Ohren, das kann auch ganz cool ausschauen. Generell ist ja das Bokeh die Hintergrundunschärfe. Ihr dürft aber nicht vergessen, es gibt auch eine Vordergrundunschärfe. Also es ist nicht so, dass die Kamera erkennt, ah das ist der Hintergrund, das ist unscharf, sondern ihr müsst das ein bisschen neutraler betrachten. Ihr habt eine Schärfeebene und davor und dahinter wird das Bild immer stärker unscharf, umso weiter ihr halt geht. Das heißt, es gibt ein paar Faktoren, die entscheidend sind, ob ihr jetzt ein gutes Bokeh hinbekommt oder nicht. Das heißt, ob ihr die Person gut freistellen könnt oder nicht. Und zwar sind das folgende vier Punkte. Es ist wichtig, dass ihr mit einer hohen Brennweite fotografiert, umso höher desto besser. Es ist wichtig, dass ihr mit einem lichtstarken Objektiv fotografiert, umso Lichtstärke desto besser. Es ist wichtig, den Abstand zwischen Fotograf und Motiv zu berücksichtigen. Das heißt, der Abstand zwischen Fotograf und Motiv sollte eher gering sein, so gering wie möglich. Und als vierten Punkt haben wir dann noch den Abstand vom Motiv zum Hintergrund. Der sollte möglichst hoch sein. Okay, also diese vier Punkte definieren ein Bokeh, definieren einfach die Unschärfe sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund. Ja, falls ihr noch ein paar mehr solche Tipps haben wollt, gerade wenn ihr am Anfang der Fotografie steht und noch nicht wirklich Ahnung habt, Ja, dann schaut in die Videobeschreibung. Ich habe da einen Link zu meiner Homepage. Da könnt ihr euch mein E-Book bestellen. Da geht es unter anderem um diese Themen. Weißabgleich, Belichtungsdreieck, Panoramafreiheit, Bildgestaltung und viele Themen mehr. Kauft euch da. Sie unterstützt mich damit und den Kanal. Und ihr habt ein cooles E-Book, das ihr euch als PDF immer mitnehmen könnt und immer nachschauen könnt. Das Bokeh ist ja einfach nur der unscharfe Hintergrund. Das ist ja verknüpft mit der Schärfentiefe. Ihr habt halt einen gewissen Bereich, der scharf ist. Und auch diese vier Punkte definieren diesen Bereich der Schärfe. Mit Teleobjektiven könnt ihr leichter ein Bokeh hinbekommen als mit Weitwinkelobjektiven. Das ist einfach physikalisch so. Am besten mit hohen Brennweiten. Also umso höher, desto besser. Mit Weitwinkel kriegt man auch ein Bokeh hin, aber ist nicht so leicht und kann auch ein bisschen doof ausschauen. Also wenn ihr alle Punkte so beachtet, wie ich es jetzt gesagt habe, dann habt ihr echt ein maximales Bokeh. Was vielleicht nicht immer sinnvoll ist, aber ihr könnt so einen extrem unscharfen Hintergrund erzeugen und auch Vordergrund. Und wichtig ist auch, dass ihr auch darauf achtet, dass nicht nur der Hintergrund maximal unscharf ist, sondern auch die Schärfe da, wo ihr sie haben wollt. Wenn ihr wieder eine Person fotografiert, wollt ihr jetzt, dass das eine auch scharf ist und das andere schon unscharf. Das heißt, da habt ihr wirklich dann eine ganz geringe Schärfentiefe. Oder wollt ihr einfach die ganze Person, also von vorne bis hinten scharf haben. Dann müsst ihr halt diese vier Punkte ein bisschen anpassen. Zum Beispiel statt mit einem 200mm Objektiv müsst ihr dann mit einem 135mm Objektiv fotografieren. Oder ihr müsstet zum Beispiel einen Schritt zurück machen vom Motiv. Oder ihr müsstet abblenden. Also diese paar Punkte müsst ihr halt auch beachten. Es ist nicht nur immer der Hintergrund super wichtig, dass der super unscharf ist, sondern natürlich auch die Schärfe am Motiv. Wenn ihr jetzt am Anfang steht und vielleicht nicht wisst, mit welchem Objektiv ihr gut Portraits machen könnt. Es reicht schon ein 50mm Objektiv. Das ist ein gutes Einstärkerobjektiv. Nach Möglichkeit möglichst lichtstark. Also vielleicht 1,8 oder 1,4. Das kostet nicht die Welt. Ich habe dazu schon ein kurzes Video gemacht. Das werde ich euch hier oben verlinken. Schaut euch das an. Auch mit einem Kit Objektiv, das eine Blende 5,6 oder so hat, kann man auch schon ein Bokeh hinbekommen. Das ist halt dann nicht sehr, sehr stark unscharf. Es ist halt da, aber es gibt halt Grenzen. Also es kann sein, dass der Hintergrund vielleicht schon ein bisschen scharf wirkt. Also unruhig. Man kann schon einzelne Blätter und so erkennen. Und natürlich ist man mit einem teuren Luxus Objektiv um viele tausend Euro besser dran. Das muss man schon sagen. Man kann natürlich auch im Photoshop das Bokeh bearbeiten. Zum Beispiel einfach den Hintergrund weich zeichnen. Das geht auch. Aber wenn man das nicht besonders gut macht. Und halt gewisse Entfernungen nicht beachtet. Weil der Hintergrund ist ja kein flacher Hintergrund. Außer ihr nehmt das an Fotos auf. Aber normalerweise habt ihr einen Boden oder eine Baumreihe, die von vorne nach hinten geht. Und da kann man am Bild schon erkennen, dass die ersten Bäume noch ein bisschen schärfer sind. Und erst die Bäume ganz hinten unscharf. Also wenn man im Photoshop einfach einen Weichzeichner drüber klatscht, dann kann man das auch erkennen. Und das sieht halt auch nicht so gut aus. Das heißt, wenn ihr das macht, achtet darauf, dass es gut ist. Arbeitet da mit Masken oder mit mehreren unscharfen Bereichen, damit ihr auch die Unschärfe unterschiedlich stark definieren könnt. Damit das möglichst wenig auffällt. Oder am besten kauft euch ein gutes Objektiv. Da werdet ihr auch beim Fotografieren viel mehr Freude haben. Und ja, das macht einfach Spaß. Die Qualität ist besser. Die Lichtstärke ist besser. Und ihr habt ein schöneres Bokeh. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von einem Bokeh. Am häufigsten versucht man natürlich ein schönes, weiches, homogenes Bokeh zu bekommen. Das sieht einfach geschmeidig aus, wenn man sich das anschaut. Auch wenn man jetzt kontrastreiche Stellen im Hintergrund hat, schaut das trotzdem noch gut aus. Es gibt auch andere Bokeharten, die jetzt vielleicht nicht so gut ausschauen. Zum Beispiel ein Zwiebelringförmiges Bokeh oder ein Donutförmiges Bokeh. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich das Bokeh jetzt einmal genauer anschaut. Gerade wenn ihr irgendwelche kontrastreichen Stellen, also kleine Lichter oder so im Hintergrund habt. Dann könnt ihr richtig schön einen runden Kreis erkennen. Und wenn ihr euch den ganz genau anschaut, dann könnt ihr erkennen, ob das Bokeh jetzt, also ob dieser Kreis jetzt wirklich eine einheitliche Fläche ist, der schön ausläuft. Oder ob der vielleicht kleine Ringe drinnen hat. Das ist eben das Zwiebelring-Bokeh, was das Ganze ein bisschen unruhig wirken lässt. Es gibt dann auch das Donutförmige Bokeh. Da habt ihr dann wirklich einen Donut, also einen Ring mit in der Mitte einem Loch. Das habt ihr dann, wenn ihr mit einem Spiegeltele fotografiert. Beim Spiegeltele ist es so, dass ihr einen Spiegel habt und in der Mitte noch einen kleinen Spiegel. Und dadurch fehlt euch in der Mitte einfach ein Stück vom Bild. Und das schlägt sich im Bokeh wieder. Das heißt, wenn ihr euch da dann die Bokehbälle anschaut, habt ihr dann wirkliche Donuts. Das Ganze wirkt auch eher unruhig. In mancher Situation kann das ganz cool sein, wenn ihr diesen Look habt. Wenn das einfach zum Bild passt und ihr fotografiert jetzt irgendwelche Donuts und ihr wollt im Hintergrund ein Bokeh haben, was auch Donuts hat, dann passt das natürlich super. Aber im Allgemeinen hat man sich schnell satt gesehen an dem. Und ja, man kann das nicht überall einsetzen. Ob ein Bokeh jetzt angenehm oder unangenehm ist, das liegt natürlich in erster Linie im Auge des Betrachters. Das ist ganz subjektiv. Allgemein gesehen wollen die Leute eher ein schönes, homogenes, weiches Bokeh haben. Also einen schönen Hintergrund, der einfach geschmeidig, weich, gleichmäßig ausschaut. Es gibt natürlich auch noch spezielle Arten, sein Bokeh anders zu gestalten. Zum Beispiel mit alten analogen Objektiven. Es gibt ein Objektiv, ich glaube das heißt Helios, ich bin mir nicht sicher. Ich werde euch das einblenden und in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr da die Frontlinse oder Rücklinse einer von beiden ausbaut, umdreht und wieder einbaut, dann habt ihr da einen ganz speziellen Look. Das schaut irgendwie so aus wie ein Wurmloch und ihr fliegt da rein oder so. Das ist echt interessant. Das habe ich mir auch schon überlegt. Dazu wird wahrscheinlich auch früher oder später ein Video kommen. Das war es von mir zum Thema Bokeh. Ich hoffe das hilft euch weiter. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein Donut Bokeh mögt oder ein Zwiebelring Bokeh oder irgendein anderes Bokeh. Es gibt ja viele Arten. Würde mich interessieren. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.